Liebe Community, Happy Pride! Mein herzliches Dankeschön an CSD Berlin e.V. für die Organisation, für das Angebot, das dieses Jahr der CSD zwar anders, aber auf jeden Fall stattfinden kann. Berlin ist bunt, ist vielfältig, ist tolerant. Und ich finde, es lohnt sich, jeden Tag dafür zu kämpfen. Für Respekt, gegen Homophobie, gegen Hasskriminalität. Und dafür sollten wir gemeinsam eintreten. Euch heute ganz viel Spaß und ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn wir wieder gemeinsam den CSD auf den Straßen feiern können. Denn es lohnt sich dafür, 365 Tage und nicht nur an einem Tag dafür zu streiten. Wir setzen uns ganz entschieden gegen Homophobie und Diskriminierung ein. Und stehen ein für Offenheit, Vielfalt und Toleranz. Und ich freue mich ganz besonders über die vielen, vielen Mitglieder in der CDU Berlin, die diese Werte leben und in die Gesellschaft tragen. Alle sind eingeladen, bei uns mitzumachen. Seid dabei! Der CSD 2020, diesmal ist alles anders. Corona. Wir können nicht zusammenkommen, können nicht gemeinsam zusammen feiern. Aber wir wissen, anders sein, das kann manchmal auch richtig gut sein. Und in diesem Sinne, lasst uns trotzdem unsere Botschaft nach draußen tragen. Wir wollen laut sein, wir wollen bunt sein. Wir wollen Respekt und Toleranz als Signal nach außen tragen. Und dafür kämpfe ich auch im Deutschen Bundestag. Wir müssen den Artikel 3 Grundgesetz ändern. Die sexuelle Identität, die gehört da rein. Für Offenheit, für Toleranz. Und das werden wir gemeinsam hinkremen. Happy Pride! Happy Pride! Happy Pride! Happy Pride! Happy Pride! new 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 Bis zum nächsten Mal.